Ich werde heute über aktuelle Tendenzen in der sprachgebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik des Deutschen sprechen, mit einem mir relativ wichtigen Anliegen, nämlich der Idee, dass wir in der Konstruktionsgrammatik mit der Prämisse ernst machen, von Bedeutungsseite oder wie auch immer man das konzeptionell fassen will, heraus Syntax zu beschreiben. Sie haben vielleicht in der letzten Woche sich mit der Konstruktion als Form-Bedeutungspaar auseinandergesetzt und diese 1 zu 1 Übersetzung aus dem Englischen ist terminologisch schon so gestrickt, dass sie Ihnen eigentlich die Wesenseigenheit von Konstruktionsgrammatik verbirgt, denn schlussendlich sprechen Sie über Bedeutungsformpaare und dieser Unterschied mag sehr trivial sein, aber er setzt in vielen Bereichen Interpretationen in Gang, die sich auch auf andere Bereiche ausweiten und Sie dazu einladen, funktionale Kategorien und funktionale Terminologien ungefragt oder unreflektiert zu übernehmen und sich dadurch Folgeprobleme einzuhandeln, die teilweise recht eklatant sind. Okay, worüber möchte ich aber heute sprechen? Also den ersten Teil, glücklicherweise habe ich das erfahren, kann ich relativ kurz halten. Also das heißt, die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik einzuordnen und über Prämissen, Grundkonzepte zu sprechen. Einiges würde Ihnen aber nicht erspart bleiben. Das Zweite, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist die Konstruktionsgrammatik als Inhaltsgrammatik mit einer, ich würde mal vorsichtig sagen, relativ deutlichen Absage an funktionale Relationen und an die projektionistische Valenzgrammatik. Das wird insofern spannend, als Klaus Welke im Moment ein relativ fundamentales Einführungswerk zur Konstruktionsgrammatik vorbereitet und ich hoffe sehr, dass sie im März erscheint, sodass wir dann darüber diskutieren werden können. Diskutieren werden können ist schon ein schöner Hinweis auf ein sprachliches Muster, auf das ich möglicherweise heute noch zu sprechen komme. Das Letzte, das kann ich relativ kurz halten, nämlich die Überlegung dazu, wie wir mit Sprachdaten, Sprachmaterial in der Praxis umgehen, wenn wir diesem Ansatz folgen, nämlich der Bedeutung das Primat vor der Form zu geben und welche Konsequenzen das möglicherweise auch für maschinelle Analysen und vor allen Dingen für die maschinelle Annotation haben kann. Ich darf Sie einladen, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte jederzeit. Ich bin da relativ schmerzfrei und auch wenn ich noch etwas wiederholen soll, noch etwas weiter ausführen soll, dann sagen Sie das bitte. Nur ganz kurz, das Skript für den Vortrag, also die Slides sind bereits online verfügbar, wenn Sie die mit nachvollziehen möchten und das Zweite ist, die Aufzeichnung wird später dann bei YouTube eingestellt, sodass Sie den Vortrag auch später nochmal anschauen können, wenn Sie mögen, Sie müssen nicht, um Himmels Willen, dient nur der Dokumentation. Zur Einführungsliteratur brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Das sind die Standards-Klassiker, die häufig genannt werden. Es sind nur so wenige, weil ich so wenig Platz auf den Slides hatte. Nicht berücksichtigt hier vor allen Dingen sind die Arbeiten von Steffen Höder, der hier da ist. Mit dem werden wir uns noch in naher Zukunft auseinanderzusetzen haben, was die Variationslinguistik angeht, also die Auseinandersetzung damit, wie man mit verschiedenen Standards umgeht und verschiedenen Variationen und Varianten. Das ist eines der spannenden Felder, glaube ich, für die nächsten Jahre. Daraus werde ich mich heute bedienen. Was aber mein Hauptschwerpunkt sein wird, ist ein großes Glück, das wir alle haben, dass wir auf der richtigen Seite gelandet sind. Sie sehen hier den Titel aus Spektrum. Das ist eines der zentralen Magazine, das zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit steht. Und die hat tatsächlich bereits 2017 die generativ-grammatischen Ansätze vom Drohnen gestürzt. Ja, also mit einem relativ einfach gehaltenen Artikel. Und ich will Ihnen ganz kurz zeigen, was das Hauptargument war. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie hier im Seminar sich mit generativer Grammatik auseinandergesetzt haben. Jedwelcher Art ist vollkommen gleich. Ja, also egal welcher Ansatz oder egal welche Modellierung. Es geht im Wesentlichen in der generativen Grammatik oder verwandten Ansätzen darum, dass Sie Sprache als Module konzeptualisieren und dass man mehr oder weniger davon ausgeht, dass Sie ein Grammatik, ich überspitze jetzt, ja, ein Grammatikmodul, ein Lexikmodul und dazwischen ist ein Bündel. Das eine sitzt im Wernicke, das andere im Brokerareal. Und bei der Sprachproduktion werden durch Regeln, die in der Grammatik gespeichert sind, und lexikalische Einheiten zu ganzen sprachlichen Ausdrücken gebaut. Das Ganze kann man, glaubt man, mit MRT-Untersuchungen nachweisen zu können, wer an welcher Stelle leuchtet und wer an welcher Stelle aktiv wird oder nicht aktiv wird. Schlussendlich, das wissen auch Neurobiologen, ist es so, dass man über das Hirn noch viel zu wenig weiß. Und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass das Hirn als Organ in Gänze betrachtet werden muss, um so etwas Komplexes wie Sprachproduktion und Sprachwissensspeicherung zu beschreiben. Deswegen macht es sich die kognitive Linguistik relativ einfacher und sagt, es interessiert uns zunächst erstmal gar nicht, was ja die neuronale Basis des Ganzen ist, sondern wir postulieren, dass Sprachwissen als konzeptuelle Einheit gespeichert sei. Wie das auch immer dann, wie die neuronalen Grundlagen dafür aussehen, ist eine nachgestellte und eine nachrangige Frage. Damit beschäftigen wir uns erstmal nicht aus forschungspraktischen Gründen. Das ist eine sehr schöne Setzung, die aber effektiv ist. Das Modell, was Chomsky entwickelt, basiert auf dem Modell des Gehirns als Rechenmaschine. Mit Hardware- und Softwareanteilen. Und das ist in der Zeit, in der es entsteht, produktiv und vor allen Dingen als Metapher äußerst wirkmächtig. Und es hat über lange Jahre durchaus seine Berechtigung. Und wenn Sie irgendwann mal hören, die Konstruktionsgrammatik sei so gegen die generative Grammatik eingestellt, relativieren Sie das bitte. Das ist eine Auseinandersetzung, die im angloamerikanischen Raum besonders eine Rolle spielt, weil Fillmore selbst durch die generative Schule gegangen ist und sich von der abgesetzt hat. Das heißt, es hat auch lebensbiografische Hintergründe. Das trifft so für die deutschsprachige Community in der Form nicht zu. Wir sprechen eher gar nicht miteinander. Okay, das ist also das, was sehr schade ist. Okay, vielleicht, was die Kognitionslinguistik uns lehrt, ist, dass das, was wir an Sprachwissen konzeptualisieren, das sind zwei Zitate von Michael Tomasello, dass Bedeutung aus dem Gebrauch entsteht oder emergiert und dass auch die Strukturen, die dahinter stehen, aus dem Gebrauch emergieren. Zentral ist, dass alle Kategorisierungsleistungen, die Sie bezüglich Ihres Sprachwissens vornehmen, je für sich gelten. Also es gibt keine Konzepte von Baum, die sich irgendwie ein Sprachkollektiv teilt und Sie verfügen als Sprachbenutzer über so etwas wie Konnotate. Die Realität ist, dass wir nur Konnotate haben. Das Einzige, was wir an den Notaten haben können, sind Abstraktionen dieses individualisierten Sprachgebrauchs und vor allen Dingen dieser individualisierten Schemata. Also keiner unter Ihnen hat dieselben Kategorisierungen vorgenommen wie der Nachbar. Dass Sie sich also missverstehen, ist leider viel wahrscheinlicher, als dass Sie sich verstehen. Dass das nicht passiert daran, dass Sie dem Gegenüber immer unterstellen, dass er mit Ihnen absichtsvoll und ernsthaft spricht. Und da Sie das tun, das ist im Übrigen die einzige kognitive Fähigkeit, die Sie von Tieren, also von anderen Primaten unterscheidet, nicht die Sprache, ist es so, dass Sie davon ausgehen, dass Ihr Gegenüber Ihnen gutwillig, wenn er von Baum spricht, schon das Ding meint, was Sie als Sprachwissen über diesen Gegenstand abgespeichert haben. Und deshalb lernen Sie aus dem Gebrauch. Also es gibt keine Deklaration, die Ihnen im Kindesalter das Lexikon in das Hirn pläut, zum Glück, sondern Sie lernen als Kind aus dem Gebrauch und alles, was damit zusammenhängt. Sie lernen Strukturen, Sie lernen Lexikon-Einheiten, Sie lernen Metaphern, Sie lernen Phaseme und alle möglichen verfestigten Sprachformen aus dem Gebrauch. So, das ist eines meiner Lieblingsbilder zu diesem Thema. Jetzt kommt oft die Frage, wie kann man sich das irgendwie vorstellen, dass auch Sprache körperlich rückgebunden ist und man kann jetzt sehr lange herleiten über die Kognitionslinguistik und Metaphern und dass die Zeit hinter uns liegt und welche Bedeutung das haben kann. Ich veranschauliche das gerne an diesem Beispiel, dass unsere Handlungen sensomotorisch rückgebunden sind. Sie können sich überlegen, wie oft es einem Kind passiert, dass diese Seifenblasen ausgeschüttet werden, außer sehen. Sie können auch vielleicht an sich selber denken. Es gibt so eine Momente im Leben, wo man eine Armbanduhr trägt und ein Glas mit irgendeiner beliebigen Flüssigkeit in der Hand hält und dann nach der Uhrzeit schaut. Das ist Ihnen vielleicht schon passiert, vielleicht auch nicht. Aber diese Handlungen würden Sie nicht vollziehen, wenn Ihr Körper nicht daran gewohnt wäre, sie zu tun. Das heißt, es gibt offensichtlich eine Handlung, die Ihr Körper vollzieht, die Sie nicht bewusst vollziehen müssen und die Sie auch nicht reflektieren müssen. Und diese Handlungen schließen eben nicht nur ein, wie man Seifenblasen macht, sondern auch, wie man spricht und wie man darüber reflektiert. Das heißt, wenn Sie sich über einen bestimmten Sprachgebrauch bewusst werden, hat Ihr Hirn schon 98 Prozent aller anderen Varianten für Sie aussortiert und schlägt Ihnen zwei vor. Diese nennen Sie dann freien Willen. Sprachgebrauch und vor allem Sprachwandel vollzieht sich für Sie weitestgehend unbemerkt und zwar in Ihnen selbst. Das heißt, das, was wir als Sprachveränderung und Sprachverfall möglicherweise oder das Aufblühen von Sprache beschreiben, liegt in Ihnen als Individuum. Zu Entrenchment und Embodiment muss ich jetzt nichts weiter sagen. Da lasse ich das mal aus. Goldberg faktisch als eine... Goldberg 2006... Ich habe aufgehört, Goldberg 95 immer mit zu zitieren. Das ist so eine Darstellungspraxis. In den meisten konstruktionsgrammatischen Ansätzen, man zitiert immer so Goldberg 1995 und dann sagt man, 2006 hat sich das alles anders gemacht. Und deswegen zitiert man dann 1995 und 2006. Ich gehe davon mittlerweile weg und zitiere nur noch Goldberg 2006. Entscheidend ist für mich hier, dass wir über die Frequenzanalyse bestimmte sprachliche Muster erfassen können und Goldberg hat uns damit nicht nur einen Gefallen getan. Wir müssen uns nämlich mit dieser Diskussion, mit dieser Definition von 2006 auch Gedanken machen über die Abgrenzung von Mustern, Schemata und Konstruktion. Entscheidend für mich aber ist, dass diese 1 zu 1 Übersetzung vor dem Bedeutungspaar möglicherweise uns sehr lang mehr oder weniger festgehalten hat, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben und wir nicht über die Option nachgedacht haben, diese Formulierung anders zu übersetzen. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie mir da heute in diese Richtung folgen und würde Ihnen dafür auch ganz gern hoffentlich treffsichere Beispiele nennen. Das, was Sie hier sehen, gibt es in einer ähnlichen Übersicht in diesem 2013er Buch. Noch relativ klein und relativ überschaubar. Das sind mögliche Konstruktionen und Beispiele dafür. Ich möchte Sie auf eins hinweisen, dass Sie möglicherweise, was Ihnen aufgefallen ist, eines der beliebtesten Beispiele, daneben, dass irgendjemand ein Taschentücher vom Tisch niest, ist es so, dass eines der beliebtesten Beispiele für die Konstruktionsgrammatik die sogenannte D-Transitiv-Konstruktion ist. Also die Doppel-Objekt-Konstruktion. Jetzt sehen Sie schon, dass ich so in die Knie gehe und wippe. Ich bin davon nicht so ganz überzeugt, denn Sie machen nämlich mit dieser Bezeichnung eines. Sie holen den funktionalen Objektbegriff in die Beschreibung der Konstruktionsgrammatik. Also Sie gehen von satzfunktionalen Objekten aus. Das macht es für Typologen schwer. Also William Croft ist daran verzweifelt. 2001 hat ein ganzes Buch vollgeschrieben und ist daran verzweifelt, dass er den Subjektbegriff typologisch nicht in allen Sprachen nachweisen kann, so wie ihm das gefällt. Das Nächste ist, dass man mit dem Begriff der D-Transitiv-Konstruktion auch die Formebene beschreibt, obwohl man eigentlich die Inhaltsebene beschreiben will. Das, was Sie aber mit einer D-Transitiv-Konstruktion leisten, ist im Wesentlichen ein Transfer. Und dieser Transfer ist eigentlich das Entscheidende in der Beschreibung der D-Transitiv-Konstruktion und nicht, dass es zwei Objekte hat. Es geht im Wesentlichen darum, dass etwas zu etwas anderem übergeben wird und dass diese drei semantischen Rollen in einem sprachlichen Muster kodiert sind. Es geht dabei nicht darum zu sagen, das sind irgendwie Objekte. Okay, zum Konstruktikon muss ich da was sagen. Ja, wäre hilfreich. Ja, also wie auch immer man diese Art und die Konzeptualisierung, die Kategorisierung und die Schematisierung von Konstruktionen beschreibt und aufbaut, ist es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, im Moment, dass wir Konstruktionsnetzwerke beschreiben können. Also Netzwerke von Konstruktionen, die wechselseitig miteinander in Beziehung stehen und mehr oder weniger ähnlich sind und wir neigen im Moment dazu, die nach Roches Protentheoretiktheorie zu bauen. Das ist so das, was im Moment das gängige Paradigma, das hat ein paar Vor- und Nachteile, Stichwort der Unterschied zwischen Frequenz und Salienz. Das ist nicht so ganz ausdefiniert in den theoretischen Darstellungen. Würde es sich lohnen, das genauer anzuschauen. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass sich diese Bereiche Grammatik und Lexikon nicht kategorial scheiden lassen, sondern dass es mehr oder weniger ein Kontinuum gibt zwischen diesen beiden Bereichen mit mal mehr schematisierten Konstruktionen und mal weniger schematisierten Konstruktionen. Auf der Seite des Lexikons stehen Einworteinheiten, wie Sie kennen, also lexikalische Einheiten. In der Mitte irgendwie dazwischen können Sie sich vorstellen, das können phraseologische Einheiten sein, also Sprichwörter, die mal mehr oder weniger verfestigt sind. Und ganz auf der Seite der Grammatik würden schematisierte Konstruktionen stehen. Sowas wie die Transferkonstruktion mit offenen Slots. Mir ist es nicht passiert. Man muss sein eigenes Gehirn nämlich auch trainieren, das nicht zu sagen. Ja, also ganz kurz, das sind die Basics für die Einordnung des sprachgebrauchsbasierten konstruktionsgrammatischen Ansatzes. Also Sprache ist, fassen wir holistisch als Ganzheit auf und müssen sie auch so beschreiben. Sprache ist nicht angeboren, sondern wird als Artefakt erlernt und gebraucht. Der Gebrauch führt im Wesentlichen dazu, dass Sprachwissen ausgebildet wird. Das kann man mit dem Begriff des Entrenchments belegen, muss man aber nicht. Das Sprachwissen wird geordnet. Alle sprachlichen Einheiten seien, das muss ich ehrlich sagen, seien Konstruktionen, also konzeptuelle Einheiten, Paare aus Bedeutung und Form. Und Sprachgebrauch und Spracherwerb sind an basale körperliche Erfahrungen gebunden. Das ist über das Stichwort des Embodiments aufgerufen. So, jetzt fange ich mal da an, wo Sie jetzt stehen. Sie haben gelernt oder Sie haben es gelesen oder zur Kenntnis genommen, Konstruktion als Formbedeutungspaare. Das, was Sie jetzt hier vor sich sehen, ist das Verb senden in einer Detransitivkonstruktion Konstruktion bei Goldberg 95. Das, was Sie sofort erkennen an diesem Schema, ist, dass Sie die Semantik an erste Stelle rückt. Also die Form emergiert, resultiert aus der Semantik. Das Zweite, was Sie sehen, ist, dass Sie irgendwie eine Art von Rollenbezeichnungen für diese Konstruktion annimmt, nämlich Agent, Receiver, Patient. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Sie operiert da mit den Film-Motion-Deep-Cases. Und spätestens hier auf der Argumentstrukturebene wird es schwierig. Wir haben uns ewig gefragt, wo hat Goldberg diese Begriffe her? Finden Sie keine Antwort dazu. Also das heißt, Sie können mutmaßen. Und das sieht mir sehr nach den Einheiten aus, die Tomasello dann später als Verb-Insel-Konstruktion bezeichnen wird. Also wenn jemand etwas sendet, dann muss es auch einen Sender, einen Empfänger und etwas Gesendetes geben. Und das ist so, wie Kinder zum Beispiel Verb-Insel-Konstruktionen konzeptualisieren, wenn sie Sprache lernen. Und dann sehen Sie darunter die satzfunktionalen Begriffe. Subjekt, Objekt, Objekt 2. Das ist also die traditionelle Basis, von der alle starten, also die 95er Goldberg. Also zu diesem problematischen Subjektbegriff oder zu den satzfunktionalen Begriffen hatte ich schon was gesagt. Argumentstruktur sage ich jetzt erstmal nichts dazu. Aber Sie sehen, das Wichtigste für mich ist jetzt hier das Primat, das Semantik vor der Form. Dann sehen Sie Croft. Croft baut die interne Struktur der Konstruktion massiv aus und rückt die Semantik eher an den Fuß und die Form eher an die Stirnseite seines Schemas, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das intentional ist. Müsste man mal in einer Geschichte der Konstruktionsgrammatik erschließen, wie das dazu gekommen ist, also zu den schematischen Darstellungen. Das würde sich mittlerweile beinahe lohnen. Ich möchte aber herausheben, dass das nicht das Entscheidende ist, denn diese Struktur entspricht im Wesentlichen dem Goldbergschen Modell und er kämpft sich die ganze Publikation hindurch mit den satzfunktionalen Begriffen ab und kommt da auch zu keiner Lösung. Und für mich oder für Alexander und mich, wir haben an dem Bucher zusammengesessen, hat es mit Sicherheit zwei, drei Jahre gebraucht, bis wir das Problem gesehen haben. Und man staunt jetzt im Nachhinein, wie das so lange dauern könnte. Gut, gehen wir mal eine Stufe weiter zur Modellierung der semantischen Struktur von Konstruktionen. Das gebe ich Ihnen mal mit, weil das in der Einführung spielt das schon auch eine Rolle. Die Theorie der Deep Cases, also der Kasusrollen oder die Filme aufbauten, zwar schon relativ früh, Sie sehen das von 1968, Können Sie mal kurz zurückrechnen, wann das war. Wird relativ zögerlich aufgenommen und es gibt im Wesentlichen zwei Adaptationen. Das eine ist Peter von Polenz, 1985 und das andere ist Goldberg, die das aufgreift. Der Unterschied zwischen von Polenz und Goldberg ist, dass Goldberg rezipiert wird. Von Polenz nicht, also da stehen alle immer nur ehrfurchtsvoll davor und staunen, was das denn für ein Buch ist. Und das lesen Sie auch so in den Einführungen. Und Alexander und ich haben das aufgenommen und weiterverarbeitet und in der Konstruktionsgrammatik neu gelesen. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es vor allen Dingen die generative Grammatik und die Konstruktionsgrammatik und die kognitive Grammatik vielleicht wie kein anderes aufs Engste miteinander verbindet. Also, ja, ich weiß nicht, ob es irgendwann soweit kommt, dass Beatrice Primus und wir uns mal über semantische Rollen austauschen. Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Möglicherweise kommt es aber dazu. Aber das ist markiert in der deutschsprachigen Community, dass, ich will jetzt nicht sagen, eine alternative Position. Das ist, glaube ich, ein schöner Ausdruck. Okay. In der Präsentation werden Sie dann sehen, ich werde heute nicht im Detail drauf eingehen, können Sie die aktuellen Listen der semantischen Rollen sich gern beziehen. Wird uns aber jetzt im Weiteren nicht interessieren, denn für mich wird das wichtig. Das ist die Darstellung aus TeamLash 2013 zur Detransitiv-Konstruktion und hier haben wir dieses offene Set an semantischen Rollen nach Pullins erweitert und habe es eingesetzt, um die Bedeutungsseite der Konstruktion zu beschreiben. Und jetzt sehen Sie schon, das sind semantische Rollen, Agents, Benefaktiv, also der etwas bekommt und das affizierte Objekt, also das von einer Handlung betroffen ist. Der Objektbegriff wird von Pullins weit ausgefächert. Das muss ich jetzt hier gar nicht nachvollziehen. Entscheidend war für uns, wir waren froh, dass wir ein stabiles semantisches Rollenset hatten, was man vorzeigen konnte. Also so, dass wir das Gefühl haben, das ist etwas, was wir kommunizieren können. Und wir haben uns dazu entschlossen, das war nicht klüger als der Subjektbegriff, sondern nur anders, auf den Phrasenbegriff zu setzen. Also das heißt, uns zumindest erstmal von den Subjekt- und Objektbegriffen zu lösen, der relationalen Situation. Wir dachten, mit dem Phrasenbegriff fahren wir besser. Ja, das mag für den ersten Schritt gut gewesen sein. Heute würden wir das mittlerweile anders machen und ich zeige Ihnen auch wie. Und hier auf der mittleren Ebene sind wir da eigentlich stehen geblieben, was uns Goldberg mitgegeben hat. Ja, also wir haben einfach Werbinselkonstruktionen oder deren Elemente uns beliebig ausgedacht und in diese Struktur geschrieben. Das ist natürlich das, was der Konstruktionskrammatik auch gerne auf den Fuß fällt. Ja, das wirkt alles ein bisschen holzschnittartig und, also vor allen Dingen in diesem Annotationsbereich, sehr holzschnittartig und lässt sich vor allen Dingen von Arbeit zu Arbeit, von Studie zu Studie nicht zwingend gut nachvollziehen. Was ja schade ist, aber wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, wir sind sehr am Anfang und sehr jung. Also vielleicht dürfen wir das auch noch ein bisschen ausprobieren. Der nächste Schritt ist, das war dann für mich sehr wichtig, da ich diese, weil ich nicht verstanden habe im Sprachgebrauch, wie ich von Realisierungsebene auf Konstruktionsebene komme. Das war für mich gedanklich sehr schwer nachvollziehbar, dass alles, was ich sage, gleichzeitig Konstruktionsstatus hat und wie das aussieht. Jetzt gibt es diese Unterscheidung in der Konstruktionskrammatik, dass man sagt, das, was wir äußern oder das, was wir schreiben, sind Konstrukte, und dahinter liegen schematisierte Konstruktionen. Über die Abgrenzung des einen von dem anderen redet kein Mensch. Das heißt, das ist tatsächlich, wenn Sie das Kategorische scheiden wollen, wird das tatsächlich ein Problem und das macht auch niemand. Sondern das sind die Beispiele, das sind Konstrukte und dann, aber an welcher Stelle Sie zum Konstrukt werden und wann Sie noch Konstruktion sind, sagt irgendjemand. Für mich war zentral, das eine zentrale Publikation erschienen ist, nämlich die von Köller zur Perspektivität. Köller ist jemand, der vielleicht nicht systematisch arbeitet in dem Sinne, wie man sich das wünschen würde, aber der steht für mich neben Ulrich Engel an der Position, wo ich sagen würde, die stellen an den zentralen Stellen die richtigen Fragen. Also man muss nur Engel einmal lesen, Köller einmal lesen, dann weiß man ungefähr in welche Richtung man weiterfragen kann, obwohl die Publikationen Kritik vertragen, durchaus vertragen. Also das heißt, die Idee zu sagen, ich stehe als Sprecher an einer bestimmten Stelle und ich perspektiviere einen Wahrnehmungsgegenstand von meiner Sprechposition aus. Das ist ursprünglich angelegt bei Bühler und Bühler hat jetzt in der kognitiven Linguistik so eine leichte Renaissance, was mich sehr freut. Neben mir Hermann Paul im Übrigen, was Michael Elmthaler immer mal ganz gern angemerkt hat. Und schlussendlich ist es so, dass man von seinem Sprechpunkt aus einen Fluchtpunkt skizzieren kann und einen bestimmten Gegenstand sprachlich so perspektiviert, dass man zugleich sich und den Fluchtpunkt, auf den man schaut, zeigt. Perspektive meint übrigens nicht ihr Blick auf den Fluchtpunkt, sondern meint, wie stellen sich die Wahrnehmungsgegenstände auf dieser Sichtlinie für sie da, wenn sie vielleicht auf den einen Fluchtpunkt oder auf einen anderen Fluchtpunkt fokussieren. Und das brachte mich dazu, dann zu sagen, das ist eine Schilderung von Körler dazu, also es gibt eine kommunikative Perspektivität, also wenn sie etwas tatsächlich zum Ausdruck bringen, dann haben wir die Konstruktebene und da ist es möglicherweise so, dass sich in einem mehr oder weniger in der Sprachgemeinschaft bestimmte Formen etabliert haben, die dazu dienen, einen bestimmten Gegenstand auf eine spezifische Art und Weise zu konzeptualisieren. Das heißt, sie hören, wenn ein Kind oder eine bestimmte Gruppe so ein Ding meint mit Holzstammen und Blattern obendran, sprechen verhältnismäßig viele Leute von Baum. Und das hat sich durchgesetzt. Das heißt, um diese Perspektivierungsleistung hinterfragen sie nicht. Das gilt auch für größere konstruktionale Strukturen, wie zum Beispiel die Satzliedstellung zwischen Frage und Aussagesatz. Also müssen sie beim Deutschen lernen, dass wenn sie ein Finitum in Sturmstellung haben, dass es offensichtlich sehr selten ein Aussagesatz ist. Und das lernen sie und setzen es dann dementsprechend ein. Und anhand dieser Konstrukte können sie auf eine kognitive Perspektivität, die dahinter steht, schließen. Sie können sie nicht beobachten, aber sie können annehmen, dass Menschen in einer spezifischen Art und Weise Sprache gebrauchen und können dann auf eine kognitive Perspektivität schließen. Mehr oder weniger wäre das auch so ein Ansatzpunkt für Waswissen Laien über Sprache. Also sie wissen das nicht, weil ihr habt einen aktiven Wissensprozess, aber was haben die gespeichert, könnte man erst mal fragen. Gut. So sieht das Schema dann aus. Also sie sehen, ich benutze immer dasselbe Beispiel. Es ist wieder eine Detransitiv-Konstruktion. Wir haben Argens benefaktiv affiziertes Objekt. Der Einfachheit halber haben wir diese Rollen dann auch auf die Argumentstrukturebene gezogen. Das ist die zweite und entscheidend für mich, das müssen andere nicht so teilen, ich bin damit aber sehr glücklich, auf der formalen Ebene arbeite ich im Moment mit Wortartenbestimmungen. Sie ahnen es vielleicht, die Wortartenbestimmungen sind auch nicht so ohne. Also das heißt, hier glaube ich, steht uns noch viel bevor. Für die flektierbaren Wortarten mag das alles wunderbar funktionieren. das Entscheidende ist der große Beutel an unflektierbaren Wortarten, an die wir alles reinstecken, was sich zu den flektierbaren ordnen lässt. Schauen Sie einfach mal in die Standardgrammatik zu den nicht flektierbaren Wortarten, was Sie da erwartet. Entscheidend ist für mich aber, dass ich eine aus allen diesen drei Äußerungen, das wären jetzt konkrete Äußerungen, Konstrukte in der kommunikativen Perspektivierung ein Schema abstrahieren kann und von dem ich postulieren kann, dass es dem zugrunde liegt. Es sind noch andere Konstruktionen, die hier eine Rolle spielen, das sei dazu gesagt, wir haben hier zum Beispiel den Unterschied zwischen Präsens und Präteritum, wir haben hier vorgeschaltet ein Temporaladverb, dann haben wir eine Modalisierung oder tatsächlich auch hier eine Direktional eine Perfekt-Konstruktion, dann haben wir eine Modalisierung drin, hier haben wir und dann schlussendlich noch eine Negation. Das heißt, in der kommunikativen Realisierung können Konstruktionen unterschiedlichen Abstraktionsniveaus miteinander verschränkt sein, wobei ich noch nicht weiß, ob die dann als eigenständige Einheit abgespeichert sind, also alle, oder ob sie im Sprachproduktionsprozess aus den Schematisierungen solche komplexen Konstrukte herstellen können. Interessant wären da, wenn man das Neurolinguistisch sich anschaut, Fehlerproduktion, also das heißt, wann produzieren Sprachbenutzer typischerweise Fehler, wenn sie komplexe Konstruktionen miteinander verschalten. Okay, jetzt vielleicht noch ein Punkt, dann an dem Punkt habe ich aufgehört von die Transitivkonstruktion zu sprechen. Ja, jetzt der letzte Schritt, die Zwischenebene Argumentstruktur. Wir haben uns ewig den Kopf zerbrochen, wie können wir das vernünftig lösen, wie können wir tatsächlich plausibel erklären, dass es zum Beispiel in einer sogenannten De-Transitiv- Konstruktion eine Verben eingebettet werden können, die vollkommen andere Bedeutungen haben. Ja, oder in einer Transferkonstruktion. Die Lösung dafür könnte, es gibt kein deutschsprachiges Framenet. Das vielleicht als Vorbemerkung. Das heißt, alles, was Sie hier sehen, hat höchst experimentellen Charakter. Auch wenn man in Düsseldorf im Moment, also Alexander Ziemer arbeitet in Düsseldorf und Oliver Chulow in Leipzig arbeiten im Moment an dem Framesemantischen Zuschnitt auf ein deutschsprachiges Konstruktikon. Wird sich zeigen in den nächsten ein, zwei Jahren, wie gut man da vorankommt. Aber die Anfänge sehen wirklich gut aus. Und wir treffen uns das nächste Mal in Hannover am 14. zweiten ganzen Tag zum Arbeiten. Ich freue mich schon so sehr. Okay, aber wenn Sie das Framenet nicht kennen, schauen Sie bitte das an zum Englischsprachigen. Das, was das Framenet versucht, aber auch nicht expliziert, ist, dass es irgendwie eine seltsame Mischung versucht zwischen Valenzgrammatik und Kollokations- und Kollostruktionsanalyse. Also Sie beschreiben irgendwie Muster, die miteinander gemeinsam häufig auftreten und versuchen denen semantische Beziehungen zuzuweisen. Welche Rolle das Verb dabei spielt, ist glaube ich nicht theoretisch expliziert. Die einen zählt es dazu, die andere nicht. Ich glaube aber, dass man diese Valenzgrammatische Perspektive gar nicht so stark macht. Man hätte es sich einfacher gemacht, wenn man einfach die Verben im Framenet als Lexical Units durchgezogen hätte. Das wäre einfacher gewesen. Sei es drum. Das muss uns jetzt nicht interessieren, denn die Verben spielen bei uns eine gewichtige Rolle, aber auch nicht die entscheidende. Ich will Ihnen das Ganze, was das für Implikationen hat, ganz kurz am sogenannten Giving Frame zeigen. Das wird jetzt sehr klein. Also die Darstellung, sehen Sie vielleicht auch, hat so ein bisschen 90er Touch und das hat auch Gründe. Es ist nämlich nicht weiterentwickelt worden, das heißt, es wird noch mit dieser Basis gearbeitet, es hat sogar noch HTML Frames, das ist absolut gruselig. Sei es drum. Die Ergebnisse, die da präsentiert werden, können wir heute gut nutzen. Das, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eine ganz kurze Definition des Frames. Es geht im Wesentlichen bei Giving darum, dass jemand jemand anderem etwas gibt. Und danach sehen Sie einen zentralen Unterschied, oder vielleicht auch nicht, Sie erahnen ihn vielleicht. Sie sehen bei Frame Elements, also das heißt, der zweite Anstrich, sehen Sie einmal die Differenzierung zwischen Core und Non-Core Frame Elemente. Non-Core Frame Elemente, die treten manchmal mit diesem beobachteten sprachlichen Muster auf und manchmal nicht. Ich bleibe aber mal bei den Core Frame Elementen. Sie sehen, dort geht es im Wesentlichen darum, dass jemand gibt, jemand empfängt und dann wird noch definiert, was er empfängt. Das wird hier relativ unterspezifisch gemacht mit Theme, also dem Thema. Sie können auch abstrakte Dinge geben, zum Beispiel Liebe. Und das können Sie nicht überreichen mit beiden Händen, sondern das müssen Sie mit einer semantischen Rolle belegen, die auch nicht konkret damit einschließt. Aber ich will Ihnen diese drei Core Frames bei Geben definiert. Wie können wir das jetzt in einer Konstruktion aufnehmen? Einfach so, indem wir nämlich auf Argumentstrukturebene diese drei Core Elemente durchdefinieren. Also wir sagen, es gibt ein affiziertes Objekt, das ist ein Theme, es gibt ein Benefizient, da ist in der Frame Semantik festgelegt, dass es ein Rezipient sein soll und wir haben einen Argents, der etwas gibt. Und jetzt muss ich gar nicht mehr theoretisch rechtfertigen, wo ich diese Begriffe her habe, denn die sind erarbeitet in einem akzeptierten Netzwerk. Das ist eine ziemlich, ich glaube, eigentlich hätten wir da schon eher drauf kommen können, aber es hat, wie gesagt, ein paar Jahre gedauert, um die Auseinandersetzung mit Material, um den Wert des vorliegenden Materials beim Framenetz zu erkennen. Jetzt habe ich Ihnen vorher ganz kurz ein Beispiel gezeigt, wo ein anderes Verb in diesem Frame eingebettet worden ist. Ich will Ihnen das jetzt mal an einem zeigen, zu dem Verb stricken. Am Beispielsatz, er strickt ihr einen Schal. Wenn Sie danach suchen, es gibt faktisch keinen, Frame, der sich mit dem Stricken beschäftigt oder der Handarbeit oder dem Herstellen von Kleidung, sondern abstrakter ist das der Frame Creating, also Sie stellen etwas her. Entscheidend sind jetzt hier bei diesen Core-Elementen, auch das ist jetzt so halbwegs zu ahnen, dass wenn Sie etwas herstellen, geht es im Wesentlichen darum, dass Sie einen Produzenten haben und das, was hergestellt wird. Es sind nur zwei. Und wenn Sie jetzt in eine traditionelle Valenzgrammatik schauen, werden Sie auch bei Stricken oder bei Bauen oder bei Aufschichten ein zweiwertiges Verb in den Valenzwörter-Büchern vorfinden. Das ist jetzt keine Überraschung. Das Entscheidende ist, wo steht der, der etwas empfängt? Wird er hier überhaupt berücksichtigt in dieser Frame-Übersicht? Und Sie sehen den Rezipienten als Non-Core-Element sehr weit am Rand. Aber er wird beschrieben. Das ist das Entscheidende. Er wird beschrieben. Und zwar nicht mit so einer drastischen Differenzierung wie in der Valenzgrammatik. Die Valenzgrammatik würde sagen, es ist ein freier Dativ Wiedersehen. Und damit wäre die Valenzgrammatik da aus dem Spiel, es sei denn, sie postuliert zum Beispiel für Stricken eine zusätzliche Bedeutung und baut die ins Lexikon ein. Das unterbleibt aber, wenn Sie mal in die traditionelle Valenzgrammatik schauen oder beim elektronischen Valenzbuch in Mannheim vorbeischauen, werden Sie sehen, dass man da seit 40 Jahren 40 Verben beschrieben hat. Vielleicht sind es mittlerweile 50. Aber das heißt, der Ertrag ist relativ gering, weil es eben so komplex ist. Wenn Sie sich jetzt das Schema zu Stricken anzeigen, ich zeige Ihnen das jetzt, lasse es auch ein bisschen länger aufgeblendet, würde ich postulieren, Sie können mir aus Ihrem persönlichen Sprachgebrauch heraus durchaus widersprechen, bieten Sie mir alles an, dass man die Realisierung ich stricke dir einen Schal durchaus so interpretieren kann, dass es da um einen Transfer geht. Also, dass es zwar auch um die Herstellung eines Produkts geht, aber wenn Sie sagen, ich stricke dir zu Weihnachten einen Schal, geht es im Wesentlichen nicht darum, dass ich meine handwerkliche Fähigkeit betonen will, sondern dass ich ihn irgendwann als Geschenk übergebe. Wenn man dem folgt, dieser Lesart folgt, dann handelt sich es dabei um eine Transferkonstruktion, in die das Verb stricken eingebettet ist. Es gibt noch andere Beispiele, Pflücken, Bauen, Kaufen, also die Liste ist erweiterbar. Das Entscheidende der Konstruktionsgrammatik ist jetzt, dass sie nicht bei jedem einzelnen Verb diese Zusatzbedeutung deklarieren muss, sondern die Bedeutung wird über die Konstruktion mehr oder weniger vererbt und das Verb aktualisiert eine Konstruktionsbedeutung nur insofern, als dass diese Konstruktionsbedeutung, die relativ abstrakt ist, weitere Bedeutungskomponenten hinzugefügt werden, wie eben das etwas gestrickt ist und nicht genäht. Aber schlussendlich ist die Transferkonstruktion dafür verantwortlich, welche Bedeutung und welche Lesart sie hier als Rezipient oder auch als Produzent annehmen. Auf der mittleren Argumentsstrukturebene sehen Sie jetzt die Rollen, die in dem Creation Frame zentral waren. Also es gibt jemanden, der etwas schafft, es gibt etwas, das geschaffen wird, also eine Entität, die geschaffen wird und dann sehen Sie etwas Besonderes, nämlich den Rezipienten, also der, der das bekommt. Sie erinnern sich vielleicht an der Übersicht, die stand so ganz weit unten, so am Rand, tauchte mal mit auf. Das Entscheidende ist, dass Stricken diese Rolle selbst nicht mitbringt. Stricken bleibt zweiwertig. Interessant ist aber dann, dass die Konstruktion diese Rolle fordert. schon Goldberg spricht für die Fälle von Coercion, also sie erzwingt die Lesart. Und dann sehen Sie aber, dass Stricken im Sprachgebrauchsmuster über diese Rezipientenrolle verfügt. Also es gibt diese Beispiele, nur sind sie nicht prototypisch dafür und so kann Stricken in diese Konstruktion eintreten. Ja, das ist im Wesentlichen der entscheidende Punkt. So, wie geht es jetzt an der Stelle weiter? Also zunächst haben wir Konstruktion als, also würde ich mittlerweile so postulieren, Konstruktion als Bedeutungsformpaare. Die Bedeutung der Konstruktion lässt sich über die von Polen'schen Terminologie relativ gut bestimmen. Und ich würde tatsächlich auch zur Differenzierung von Konstruktions- und Konstrukt-Ebene diesen Perspektivitätsbegriff einführen. Interessant wird es dann, wenn wir beim nächsten Punkt das Konstruktion andere Konstruktion auf unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen einbetten. Dazu muss ich gleich etwas sagen, da bin ich darauf hingewiesen worden, es ist nicht so gedacht, dass sie das ad hoc leisten, sondern wenn sie zum Beispiel eine, denken sie an Modalkonstruktion, also mit sollen, tun, müssen und so weiter, dass sie dann ein Schema abgespeichert haben, das heißt, es gibt eine bestimmte Gruppe für Werben und in die können andere komplexe Konstruktionen eingebettet sein und diese Varianten haben sie gespeichert, aber das ist eine schematisch relativ freie Konstruktion mit sehr vielen offenen Slots, weil sie relativ abstrakt auf Konstruktionsniveau operieren. Das können Sie sich vielleicht noch viel einfacher vorstellen an der Negation, also Sie können jeden sparlichen Ausdruck negieren und das heißt, Sie müssen als Konstruktionsgrammatik darüber nachdenken, auf welcher Ebene setze ich denn die Negation an? Die Frage fand ich deswegen nicht trivial, weil wir im deutschen und im germanischen Sprachhaben so ein Problem haben mit der Doppelnegation und wenn Sie unadjektive als morphologische Markierungen sehen, haben Sie faktisch das niedrigste Abstraktionsniveau von Konstruktion direkt amorphem und dann haben Sie einen Negationspartikel der komplett die ganze Satzaussage verneinen kann, das heißt, Sie haben über die Hierarchie von Konstruktion aufgespannt eine doppelte Verneinung, was sich schlichter dings schlecht bis nicht abbilden lässt. Aber zur doppelten Negation sage ich heute gar nichts. Also insofern, Sie können mich gerne danach fragen, aber um nur mal das Problem klar zu machen, was hier mit diesem Einbettungsverhältnis gemeint sei. Das ist mein Interesse, es gibt andere, die das anders machen, also die zum Beispiel ein Konstruktikum formseitig bauen, dafür gibt es sehr gute Anhaltspunkte, vor allen Dingen, wenn man Diagonen arbeitet und sprachvergleichend, kann eine formseitige Aufbauung des Konstruktikums tatsächlich bestimmte Phänomene gut erklären, weil es häufig Analogiebildungen gibt und so weiter, für die es nicht zwingend eine semantische Vorlage gibt. Ein gutes Beispiel auch hier wieder sind die Modalverben, die im Englischen oder in den skandinavischen Sprachen ganz anders eingesetzt werden als im Deutschen. Da ist es mitnichten so, dass man sagen kann, kenne ich eine, kenne ich alle, weil ich irgendwo sage, es gibt eine historische Basis der Präterie der Präsenz hin und dann geht es los. Ich glaube, die traditionelle konstruktionsgrammatische Forschung macht es nicht zu einfach, also zu sagen, das ist eine Negation und das ist eine Modalkonstruktion, damit haben wir es. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie ich mir das mit diesen Einbettungsverhältnissen vorstellen. Ich fange ganz am Anfang an, lasse weg die morphologischen Konstruktionen. Ich fange an mit einer ganz einfachen Konstruktion wie Peter strikt. Wenn Sie mir bis hierhin vielleicht gefolgt sind, Peter ist Argens und er vollzieht eine Handlung. Also er könnte auch backen oder bauen oder schreiben oder schneiden. Er könnte nur nicht schlafen. Also es wäre ein Vorgang. Die sind noch überhaupt nicht ausmodelliert, ist mit keiner Silbe dran zu denken. Also Argentive Konstruktion, da würde diese Konstruktion hineinfallen und dieses Konstrukt, also Peter strikt einen Schal. Traditionell würde man sagen, es ist eine Transitivkonstruktion. Ich habe jetzt dafür noch keinen Namen gefunden, muss ich auch nicht. Das heißt, können Sie mir gerne helfen. Das ist alles nicht fertig. Das, was Sie jetzt gerade hören, ist taufrisch. steht auch noch nirgendwo. Sie können natürlich diese handelnde Entität erweitern. Da können Sie auch einen Peter und Paul stricken, einen Schal. Das wäre auch durch dieses Modell abgedeckt. Ich will es Ihnen nur deshalb mal zeigen. Nicht, dass man dann irgendwie durcheinander gerät und sagt, was machen wir jetzt mit Binominal. Darüber haben wir gerade diskutiert. Peter strickt Lisa einen Schal. Das wäre eine Transferkonstruktion. Also da geht es im Wesentlichen darum, jemand tut etwas und in dem Fall wird etwas fertiggestellt, um es zu geben. Jetzt wird es haarig. Weiß ich nie, wie ich das Problem ist. Man kann es zweidimensional nicht zeigen. Ich habe es im Kopf, aber ich kann es nicht darstellen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Sie sehen vielleicht an der Konstruktion, Sie unterscheiden basal zwischen zwei Temporaren. Das ist Präsens Präsens und es gibt ein synthetisches Präteritum. Zu was wir relativ wenig sagen können, ist, was ist Futur, was ist Perfekt und was sind Modalkonstruktionen. Folgender Vorschlag, ich muss drei Folien vorspringen, um Ihnen zu zeigen, wo ich Präsens und Präteritum hinsetzen würde. Nämlich relativ weit außen, in einem relativ abstrakten System und dieses Präsens und Präteritum, das Sie unterscheiden können als die zwei synthetischen Tempus-Formen, betten sowohl die Konstruktion von Perfektivität als auch die Konstruktion von Faktizität als Modalkonstruktion ein. Das Ganze ist relativ abenteuerlich, vor folgendem Hintergrund, schlussendlich, wenn Sie Tempus-Formen bilden, ist es so, dass Sie sich alle nur als infiniten Teil zwischen Präsens und Präteritum differenzieren lassen. Es ist egal, ob Sie einen Doppel-Plus-Quamperfekt bilden oder ein wie auch immer geordnetes Futur-II, die finite Form unterdifferenziert nur zwischen Präsens und Präteritum. Das ist die basale Differenzierung. Das, was dazukommt, sind unterschiedliche Formen von Infinitiven. Also die traditionelle Grammatik macht es sich insofern relativ einfach, weil sie Modalkonstruktionen zum Beispiel werden mit Infinitiv gebildet, das wissen Sie, und jetzt muss man überlegen, warum zum Beispiel ein Satz wie er hat einkaufen müssen, warum haben da nicht das Perfektpartizip verlangt. Er hat einkaufen müssen. Wenn Sie es strukturell bilden würden und normgerecht nach Bildung, müssten Sie so ein Beispiel bilden, er hat einkaufen gemusst. Dann wären Sie auf der richtigen Seite. Das Dumme ist, niemand sagt es. Also man kann in quantitativen Untersuchungen zeigen, dass diese Einbettung von Infinitiv quantitativ bei weitem die Einbindung mit Partizip überwiegt. Was macht man da in der Standardgrammatik? Also das ist ein relativ einfacher Trick. Man sagt, das Partizip ist ein Infinitiv. Et voilà. Und damit ist es ein Perfekt. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Setzung. Funktioniert aber in der Standardgrammatik ziemlich gut. Und hier haben wir auch Konstruktionsgrammatik noch zu tun, glaube ich. Okay. Ich will Ihnen das nur zeigen. Das eine kann das eine einbetten und das andere das andere. Gehe jetzt noch weiter. Dann drüber würde ich sehen, als weitere Abstraktionsebene alle Geltungsmodifikatoren, was die Negation einschließt. Wenn Sie zu uns als Negationspräfix noch was fragen möchten, fragen Sie das ruhig. Das kann ich mittlerweile zum Glück was dazu sagen. Und es erklärt vielleicht auch, warum wir so Schwierigkeiten haben mit einem relativ komplexen Phänomen, nämlich Konjunktiv eins, zwei und der Würde-Konstruktion. Denn die schneidet in der Tat Perfektivität, Faktizität und Temporalität als Ganzes und unterliegt starken Restriktionen. Sie können zum Beispiel von der Würde-Konstruktion kein Präteritum bilden. Also können wir mal überlegen, wie man das macht, aber es geht jedenfalls nicht. Darüber das erspare ich Ihnen jetzt. Propositionen, also satzwertige Ausdrücke und auch die Möglichkeit der Konnexion, also das heißt satzwertige Ausdrücke miteinander zu verbinden. Und das ist der Bereich, der im Moment in der Konstruktionsgrammatik gefühlt am produktivsten ist. Also das heißt, überall da, wo Konnektoren draufstehen, schauen die Leute in letzter Zeit sehr gern hin. Da geht es vor allem um Nebenordnungen, bedingte Negationen in kausal und konditional gefügen und so weiter. Also das ist sehr produktiv. Also kommst du eigentlich genau richtig, weil das genau was anderes ist, was du machst. Genau. Okay. Jetzt ist es natürlich so, dass ich gewohnt bin, einen anderen Schärfegrad gewohnt bin. Und jetzt hätte ich Ihnen das abgezogen. Schauen Sie das bitte in der Präsentation, werfen Sie mal einen Blick drauf. Das ist der Versuch, das, was ich Ihnen gerade an diesem Schema vorgestellt habe, mit Beispielen in ein Schema einzubetten. Ich will Sie auf zwei Dinge hinweisen. Also diese Klassifikation ist vorläufig. Diese Klassifikation ist vorläufig. Ich will Sie auf zwei Dinge hinweisen, nämlich diesen sehr, sehr spannenden Übergangsbereich zwischen Perfektivität und Faktizität. Es gibt zwei mögliche Muster, die Sie hier im Sprachgebrauch beobachten können. Das eine ist, er hat den Schal stricken müssen. Den Fall hatten wir gerade, also wo man sagt, es ist ein Perfekt und der Infinitiv ist ein Infinitiv und deswegen ist er eigentlich identisch mit dem Partizip. Also er hat den Schal stricken müssen. Für die andere Form, also dass die Modalitätskonstruktion die Perfektkonstruktion einbettet, haben wir einen Begriff, ein Beispiel. Er muss, soll, kann, darf, wird, will, mag den Schal gestrickt haben. Und der wird in der traditionellen Grammatik als quotativ bezeichnet. Also das heißt, wir haben hier in diesem Überschnittfeld zwei unterschiedlich gebaute Konstrukte, wenn man so will, auf Realisierungsebene, die darauf hinweisen, dass sie aus unterschiedlichen Richtungen einbetten können und dann je unterschiedliche Bedeutungen dadurch generieren, obwohl sie eigentlich mit demselben Material arbeiten. Gut, gibt es da zu fragen. Das ist schön, ne? Das Schlimme ist, ich bin vorbereitet. Ja, also ich habe das jetzt nicht mir gerade fließend ausgedacht, sondern wir arbeiten da jetzt ungefähr. Also ich schleppe das schon seit mehreren Jahren mit mir herum und gehe jetzt seit dem Dreivierteljahr gezielt mit dem Problem auf die Reise und auf die Tour und erweitere das auch regelmäßig. Deswegen vielleicht so viel. Also das, was wir sagen können, sind Bedeutungsformpaare. Diese schematisierten Konstruktionen, die Sie gerade gesehen haben, Bettenkonstruktionen niederen Abstraktionsgrads ein und haben einen selbstgestalthaften Charakter. Und wenn Sie daran Interesse haben, führe ich diese Diskussion auf unserem Blog und das heißt, immer wenn sich etwas tut, wird unter diesem Tag Bedeutungsformpaar erscheinen dort ein kurzer Artikel und das wird definitiv auch in die Überarbeitung der Einführung einfließen, die Sie gelesen haben und die leider alt ist. Okay, ich zeige Ihnen nur noch ganz kurz, was das für Konsequenzen für die Analyse hat. Halte mich damit aber zurück, um mit Ihnen noch die Beispiele anzusehen. Ich zeige Ihnen mal drei Zitate, drei historische Zitate. Sie müssen jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Es geht darum, der Text ist natürlich großartig und hier kommt das Thema Sprache und Religion ins Spiel. Den Text edieren wir gerade in Dresden digital, via XML und das ist natürlich für mich schön, Moment, Moment, wir machen gemeinsam Seminare und in den Seminaren bekommen Studierende eine XML-Editor, eine Lizenz dafür, die liegt ungefähr bei 100, 120 Euro, also wenn Sie sich die einzeln kaufen müssten, wir stellen die Kosten frei zur Verfügung als Lernmaterial und arbeiten mit Studierenden in Seminaren und in Workshops und in kleineren Tagungszusammenhängen, um diese Texte zu edieren und sie faktisch an digitale Edition heranzuführen. und das ist hier entstanden, das heißt eine Nachricht von Suriname, das ist in Südamerika, nördliche Küste und ich will Sie eigentlich auf ein paar Dinge hinweisen, die sind fettgedruckt, verstrichen zum Beispiel, nicht mehr brauchbar sein sollte, nicht hin, genüge leisten werde und in Zeist abzuwarten. Das sind die vier oder fünf Bereiche, die ich Ihnen zeigen will, ganz kurz, wenn Sie das Ganze automatisch annotieren. Das Problem ist, wenn wir konstruktionskramatisch sprachgebrauchsbasiert arbeiten, brauchen wir Corpus und Belegdaten und wir müssen zuverlässige formale Annotationen haben, um Sprachdaten überhaupt, also Konstrukte zuverlässig identifizieren zu können, um überhaupt Aussagen über Verteilungen machen zu können, was wiederum was wir müssen, weil wir dem Prinzip des Entrenchments folgen und so weiter. Also das heißt, es zieht einen riesen Schwanz nach sich an Problemen. Das größte aller Probleme ist, dass die automatische Erkennung von solchen Dingern nicht höher als 92% liegt. Kein Philologen werden Sie damit beeindrucken, wenn Sie sagen, 10% Fehlergenauigkeit könnte ein A sein, vielleicht auch nicht. Und das Problem ist, was die Korpuslinguistik Ihnen gerne verschweigt, dass diese 92% für jeden einzelnen Schritt gilt, den Sie tun. Das heißt, wenn Sie nur einen Schritt automatisch verarbeiten, sind Sie bei 92%, mit dem nächsten, ziehen Sie mal acht ab, dann machen Sie nochmal acht, also wenn Sie linear rechnen, das ist freundlich ausgedrückt, dann nochmal acht, dann nochmal acht, dann nochmal acht, wenn Sie vier Rechenschritte haben, dann liegen Sie nur bei einer Genauigkeit von vielleicht 70%. Wenn Sie oft genug rechnen, hat dieses Ergebnis, was Sie errechnen, mit dem Ursprungstext nichts mehr zu tun, aber Sie können es in der schönen WordCloud darstellen. Das ist das Problem, was wir haben beim automatischen POS-Tagging, das heißt, es gibt Wortartenabhängig hohe Erkennungsraten, Probleme zum Beispiel gibt es, das hatte ich Ihnen gezeigt in diesem Text, dass man zum Beispiel ganz schwer entscheiden kann, ob verstrichen als Adjektiv oder als Perfektpartizip getaggt werden soll. Ja, sind formidentisch, weiß man nicht. Das nächste ist, wie ist, ich sollte nicht mehr brauchbar sein, ist es temporal einzustufen oder modal? Was machen Sie damit? Dann haben wir, das geht so weiter, ja, ich werde nicht Genüge leisten, wird es als Modal Adverb zu taggen sein oder als temporal als temporal ja, es geht hier um Wärmen und das kann eine Maschine für Sie nicht erkennen, das heißt, dafür brauchen Sie im Moment Menschen. Wortartenwechsel und so weiter und Mischkategorien sind noch gar nicht inbegriffen, mein Lieblingsbeispiel ist die zuhe Tür. Können Sie mal fragen, wie ein Tagger damit umgehen würde, im Moment. Beim Phrasentagging ist es so, auch hier haben wir hohe Erkennungsraten, wenn es um Nominalfrasen geht, um Präpositionalphrasen, weil die sehr gut identifizierbare Kerne haben. Die ganze Kopfdiskussion und was ein Kern sei und welcher Kopf das sei und warum das keiner sei, das können Sie ja auslassen, die Korpus-Linguistik entscheidet einfach nach Marker und dann wird es so getaggt. Die Probleme damit sind, dass es Valenzgrammatisch schon aus Valenzgrammatischer Perspektive unzureichend ist. Also Sie haben ein Beispiel war, ich warte in Zeist ab, ist relativ schwierig zu entscheiden, automatisch, ob es sich hier eine freie Angabe handelt oder ob das tatsächlich eher zum Verb gehört oder nicht, weil Sie dafür Valenzgrammatische Annahmen über das Verb abwarten einspeisen müssen, die wir nicht haben, weil es ein Partikelverb ist. Das sind nur einige Beispiele dafür, wie problematisch das Ganze ist und ich zeige Ihnen jetzt, was noch weitergeht. Also komplette Sätze und Periphrasen, auch das ist schwierig, weil wir, wenn wir in historische Korpara schauen, keine zuverlässigen Satzzeichen haben und Satzzeichen Grenzen haben, die markiert sind. Das, was Sie gut erkennen können, sind Konnektoren. Die finden Sie relativ gut und können dann über bestimmte satzwertige Ausdrücke postulieren, aber es ist im Wesentlichen nicht so, dass Sie zuverlässig satzwertige Einheit erkennen. Und jetzt kommen wir mal in die semantische Analyse. Die ist automatisch überhaupt nicht machbar, auch nicht mit maschinellem Lernen nicht. Was Sie mit maschinellem Lernen erzeugen, sind bestenfalls ähnliche Vektoren, die Sie dann aber durch eine Bag of Words und da sind sich manche ähnlicher als andere und Sie müssen aber manuell clustern, das heißt, Sie müssen einen Linguisten reinsetzen, der sagt, ich habe hier ein Kategorien-System und den Cluster würde ich mit diesem Label bezeichnen. Das heißt, wir brauchen Menschen. und das Nächste ist, semantische Rollen erkennen Sie überhaupt nicht automatisch. Wie soll das gehen? Auch da brauchen wir tatsächlich Sie. Falls Sie irgendwann mal den Eindruck hatten, Linguisten, was sollen wir noch, das wurde alles automatisch gerechnet, das brauche ich alles nicht. Sobald es um Bedeutung geht, ist jede Maschine im Moment raus. Ja, also im großen Stil. Und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass das so schnell sich ändert. Das heißt, wenn Sie in die Analyse möchten und Sie haben eine Grammatik, die von der Bedeutungsseite her argumentiert und nicht von der Formseite aus, brauchen Sie Annotationen, die auf der Bedeutungsseite angreifen und nicht auf der Formseite. Und da sind wir von der Lösung noch in wahrer Ferne, aber ich würde eben, wir fangen jetzt in Dresden und in Düsseldorf an, eben von der Bedeutungsseite her zu annotieren. Genau aus dem Grund. Und dann stellt sich auch das Croft-Tro-Problem der Typologie nicht mehr, insofern man ein offenes Set an semantischen Rollen verwendet. Gut, das zeige ich Ihnen nur zum Abschluss noch. Ja, über was ich gar nichts sage, ist das, ja, das Verhältnis von Konstruktion, Schema und Muster ist vielleicht was für die Diskussion. Und damit danke ich Ihnen bis hierhin erstmal für die Aufmerksamkeit und würde mir jetzt gern mit Ihnen noch ein paar Beispiele genauer ansehen. Vielen Dank. So. Vielen Dank. für den Spannereinpflicht in wirklich der Älste Forschung, muss man ja schon sagen. die ZDF- die ZDF- die ZDF-